Möha HandelsgesmbH. Das ideenreiche Gestalten ihres Heims hat sich die Möha HandelsgesmbH zum Ziel gemacht. Seit dem Jahr 1995 ist das Unternehmen aus Kremsmünster die Adresse für hochqualitative Möbel. Vom Tisch bis zur Tür überzeugt das dreiköpfige Team mit jahrelangem Fachwissen und innovativen Ideen ein Maßstab, den renommierte Kunden aus der Region besonders schätzen. Gemeinsam mit den Partnern Ewe, Dahn, Brahl und Hacker ist die Möha HandelsgesmbH der Spezialist im gesamten Küchenbereich und bietet mit einem kundenorientierten Preis-Leistungs-Verhältnis Top-Qualität zu Top-Konditionen. Auf das termingerechte Abwickeln wird bei den Aufträgen größter Wert gelegt. Von der Beratung bis zur Montage zeigt sich die Kompetenz des Unternehmens, welches in allen Prozessen deutlich zum Ausdruck kommt. Weitere Informationen finden Sie unter www.moeha.at.